Das CARVOM EMS Facelifting System ist ein intensives und effektives Muskeltraining für das Gesicht. Als nächstes werden die Klebepläts für die Elektroden an der gewünschten Gesichtspartie angebracht. Wichtig dabei ist es, die entsprechende Partie mit jeweils der gleichen Farbe anzuschließen. Die jeweilige Intensität erfolgt immer in Absprache mit der Condition. Ja, ist komisch. Wir empfehlen, das CARVOM EMS Facelifting System mit dem Dermapiler und dem Mesoporo System von CARVOM zu kombinieren. Das ist das, was wir reagieren. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020